Ab einem gewissen Punkt im Game ist es unumgänglich, dass du zum einen Futtermische skillst und zum anderen die Köderbeschaffung. Wie du erfolgreich und was du am ehesten skillst, mit welchen Ködern und mit welchen Zutaten, das zeige ich dir. Also legen wir los. Wir sind hier noch am Moskitosee. Am Moskitosee und am Windenbach ist es so, da ist es nicht zwingend notwendig, dass man da eine Futtermische verwendet. Man fängt die Fische auch hervorragend, ohne dass man das macht. Ab der alten Festung ist es dann allerdings so, da lohnt es sich enorm, wenn man zum Beispiel Futtermische verwendet. Und wenn man an der alten Festung dann auch schon Köderbeschaffung hochgeskillt hat, kann man natürlich mit guten Ködern, mit guter Futtermische zum Beispiel auf Brassen angeln. Was benötigen wir also, um jetzt loszulegen? Das ist ganz einfach. Wir kriegen ja im Tutorial schon gesagt, Algen kauf dir Baguettebrot, also das normale Weißbrot. Und damit kann man tatsächlich gut starten. Wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen Geld zusammengespart. Das heißt, wir fangen dann auch langsam mal an, dass wir uns für echt wenig Silber schon mal ein wenig Brot holen. Zusätzlich macht es natürlich auch absolut Sinn, wie auch schon in einem der anderen Tutorials gesagt, dass man sich quasi die Schaufel schon mal holt, damit man eben nebenbei immer wieder schaufelt. Machen wir mal hier eben, zack, hier haben wir schon mal Köderbeschaffung 3% und wir sehen, hier ist jetzt gerade die Energie runter und ich esse quasi auch nur einmal am Tag, da ganz hinten zum Beispiel an der Pommesbude oder am Windenbach, wo der Traktor steht. Da gibt es ja auch diese Gulaschkanone und dann regeneriert sich hier unten ja der Essens, der Hungerbalken sozusagen und dadurch geht dann eben auch der Energiebalken wieder hoch. Und wenn der Energiebalken ungefähr so bei hier ist, so ungefähr bei zwei Drittel, dann kann man auch quasi wieder schaufeln. Jetzt im Moment ist es so, wir haben zu wenig Energie. Die Schaufel finden wir im Werkzeugladen, das heißt, wenn du noch keine hast, für 38 Silber gibt es die hier, lohnt sich in jedem Fall. So, das heißt, wir haben jetzt eine Schaufel und können zwischendurch schaufeln und können dadurch Köder herstellen. Und gleichzeitig hier unsere Köderbeschaffung nach oben skillen. Skill Punkte verteilen wir hier drin noch nicht, das können wir später erst machen. Aber wichtig ist, dass wir hier eben diese Skill Punkte freischalten, damit wir im Verlauf immer weiterkommen. Und unser großes Ziel ist es als erstes hier bis zum Knoblauchteig zu kommen. Das bedeutet, wir hätten dann, wenn wir bis dahin geskillt haben, Perlengraupenbrei und Knoblauchteig erstmal, wie gesagt, fürs Brassenangeln. Natürlich kann man Stück für Stück weitermachen. Das ist dann aber erst irgendwann effektiv, wenn man im Bereich von 16, 17 plus ist, dass man dann vielleicht sogar hier über Quarkteig und Käse geht und dann auch hier mit 40% dann auf Erbsenbrei kommt. Und dann hat man alle wichtigen Brassenköder zusammen. Perlengraupe, Knoblauchteig und Erbsenbrei. Das sind jetzt so die drei wichtigen Hauptköder. Man kann natürlich auch mit Mistwurm versuchen, auf Brasse zu gehen. Und an manchen Gewässern beißen die vielleicht auch manchmal auf den Regenwurm oder Tauwurm. Aber ich sage mal, die günstigen Köder sind eben diese drei hier. Und das funktioniert eben auch immer wieder richtig gut. Zusätzlich wollen wir natürlich auch die Angelfutterzubereitung skillen. Da hatte ich ja auch schon in den anderen Tutorial-Videos gesagt, da sind die wichtigen Punkte tatsächlich oder diese fünf Punkte auch wirklich nicht vertan. Gerade für den Anfang. Und das hier ist ja ein Allround-Account. Ich versuche hier mit diesem Account auf alles zu gehen. Da habe ich, wie gesagt, auch hier diese fünf Punkte investiert, damit ich Grundangeln richtig erfolgreich machen kann. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch Punkte drin im Spin-Fischen. Wenn dich das interessiert, wie und wo die Punkte zu verteilen sind, da gibt es, wie gesagt, schon ein extra Tutorial zu. Und auch eine gesamte Tutorial-Serie. Falls das das erste Video ist, was du siehst aus der Serie. Es geht quasi von Anfang an, Schritt für Schritt, die verschiedensten Wege, die man gehen kann. Und jetzt eben hier mit diesem Account wird es halt ein Allround-Account. Einer, der eben auf alles angelt. Wir sehen bei der Angelfutterzubereitung die verschiedenen Komponenten, die man verwenden kann. Das bedeutet, wenn man anfängt, hier Skill-Punkte zu generieren, dadurch, dass man Futter herstellt, sieht man hier, dass man dann natürlich Stück für Stück in die nächsten Level kommt und immer die besten oder die Basismischen quasi freischaltet. Am Anfang ist es Grieß und Zwieback oder Biskuit. Auf Level 2 hat man dann eben Perlengraupe als Basis oder dieses Mischfutter, das gibt es am Windenbach. Dann kommen die Haferflocken rein und so weiter und so weiter. Also das sind so die Basics, die man halt sich im Blick oder die man im Blick haben muss, damit man dann eben auch die richtigen Komponenten kauft. Denn wenn man auf N drückt und man geht dann hier mal, scrollt man hier runter bis zu den Futter-Mischen. Hier sind sie. Dann hat man hier natürlich jetzt eine große Auswahl und steht dann hier rum und denkt sich, joa, was kann ich denn herstellen? Haferflocken kann ich ja alles noch nicht. Also das ist halt so ein bisschen unübersichtlich für den Anfang. Man fängt am besten eben an mit Rotaugen-Mische, gemahlenes Biskuit können wir herstellen, Zuckmückenlarven können wir kaufen und Karamell können wir auch verwenden. Diese Komponenten, die kaufen wir uns jetzt mal. Und diese Komponenten kaufen wir im Angelgeschäft. Und da gibt es dann eben jetzt zwei Unterscheidungen. Das heißt, die Komponenten für die Köderbeschaffung, wie zum Beispiel Perlengraubenbrei, Knoblauch oder sowas, die kaufen wir im Lebensmittelgeschäft. Und die Komponenten für die Futter-Zubereitung haben wir unter Futter-Mische, wenn wir hier mal komplett draufklicken, haben wir dann auch hier entweder die Zusätze oder wir scrollen halt ein bisschen weiter runter, die Zuckmückenlarve. Ihr seht, auch das wird schon direkt ein wenig teurer, aber es ist gut investiertes Silber. Zack. Und wenn man sich nicht sicher ist, guckt man halt schnell nochmal eben rein. Man drückt N. Was war denn die Zutat? Rotaugen-Mische, Karamell-Weiß. Also gehen wir da rein und suchen uns unter Futter-Mische. Einmal klicken, zweimal klicken. Dann haben wir hier die ganzen Zusätze. Und was nicht alles, das brauchen wir für den Anfang alles noch nicht. Wir bleiben anfangs nur bei dieser Basis. Das heißt, diese kleinen Päckchen und Tütchen hier. Und gehen dann erst runter, dann natürlich auch hier zu den Aromen. Oder wir tippen hier dann einfach ein Karamell. Und dann haben wir hier Aroma-Karamell. So, auch von dem Karamell da dann ein bisschen aufpassen. Hier steht 50 Portionen. Wir haben ja jetzt 10 Portionen, 10 Portionen gekauft. Das heißt, wir kaufen hier 1, 2, damit können wir jetzt 10 Portionen herstellen. Wir drücken wieder N, gehen wieder runter auf die Rotaugen-Mische. Ihr seht, die ganzen Komponenten sind drin. Sollten die mal nicht drin sein, dann einfach hier auswählen. Zack, dann wird das reingezogen, damit wir jetzt hier diese Bällchen herstellen. Und die Bällchen bauen wir uns jetzt auch mal. Und dann geht es auch schon los. Zack, Errungenschaft. Und wir skillen natürlich als erstes jetzt Angelfutter-Zubereitung. Damit geht es los. Man ballert die alle durch. Und dann ist das J. Am Anfang alles noch recht easy. Im Bereich dann irgendwann so von 30, 40 Prozent wird es langsam ein bisschen zäher. Und dann muss man immer mehr herstellen. Oder es passiert natürlich auch mal, dass so ein Bällchen dann irgendwann mal misslingt. Das heißt, dann kriegt man da halt keine Kugel draus. Aber was eben auch gut ist und wichtig ist, wir stellen jetzt hier Portionen her. Klassische Futtermische sozusagen 30 Portionen mit einer Qualität von 9 von 10 möglichen Punkten. Es kann eben bis zu 10 von 10 möglichen Punkten passieren. Also die Qualität hat 10 von 10, so wie jetzt hier gerade 10 von 10 möglichen Punkten. Und damit hat man eben auch die höchstmögliche Beeinflussung der Fische im Wasser. Das geht allerdings nur, wenn man eben die Skillpunkte investiert hat. Wenn man das nicht hat, stellt man eben Futtermische her mit einer Qualität von 1, 2 und weiß der Geier was. Naja. Und dann kann man auch quasi... Naja. Ich sag mal, die Bonuswirkung ist halt nicht ganz so groß. So, das war jetzt gerade Miss Lung. Passiert eben auch. Aber im Großen und Ganzen ist das ja auch jede Menge an Futter, was wir jetzt herstellen. Warum stelle ich das jetzt hierher? Ich meine, so viel Rotaugen angeln, wer will denn das schon? Rotaugen sind ja jetzt vielleicht auch nicht ganz so populär. Und wenn wir jetzt hier runterscrollen, sehen wir schon, das sind jetzt hier alles hergestellte Futtermischen. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das wird auch noch mehr. Aber das Gute ist, das Zeug wird ja nicht schlecht. Und wenn man von vornherein anfängt, hier mit einer guten Qualität Futtermischen herzustellen, kann man die immer wieder und immer wieder verwenden. Zuletzt hatten wir noch im Livestream einen Wettangeln gemacht auf Rotaugen. Mit so einer guten Futtermische kann man dann eben selbst als Low-Level erfolgreich einen Wettangeln bestreiten und die Leute einfach abziehen. Durchaus möglich, dass man mit so einer guten Futtermische dann eben auch erfolgreich ist. Eine wichtige zweite Futtermische müssen wir auf jeden Fall auch noch machen und die verwenden wir auch gleich. Und zwar ist es die Futtermische, wenn wir wieder runterscrollen, für Giebel und Karauschen. Auch das absolut wichtig. Auch hier wieder gemahlenes Biskuit, Hirsebrei und Sonnenblumenöl. Ihr wisst ja jetzt, wo man das holt. Das heißt wieder Angelgeschäft, Futtermische, Biskuit, Zusätze Hirsebrei, Aromen, Sonnenblumenöl. Ist direkt hier als erstes sogar. Und davon wieder nur zweimal draufklicken. Wir wollen ja nur diese 10 Portionen und auch da geht es wieder los. Herstellen, Giebel und Karauschen und dann geht es weiter. Zack, wir skillen hier quasi weiter durch und kriegen dadurch weiter unsere Skillpunkte. Wie gesagt, ab einem gewissen Punkt wird es schwieriger und es dauert länger. Und es gibt Mittel und Wege, wie man das schneller machen kann und wie man das vielleicht effektiver auch gestalten kann. Eine Möglichkeit wäre dazu natürlich, dass man sich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach einen Premium Account leistet. Wenn man sich Premium leistet, sollte man ein gewisses Level haben. Wichtig ist dabei, dass man zum einen schon ein wenig Silber zur Seite gelegt hat. Das heißt, Minimum ist mal Level 20, vielleicht eher Richtung Level 25. Und man sollte im Idealfall natürlich auch schon ein paar Skillpunkte gemacht haben und merken, dass es jetzt langsam zäh wird. Dann kann man das natürlich ein wenig beschleunigen. Das zählt übrigens für alle Komponenten, wo man eben Skillpunkte für braucht. Denn in der Happy Hour sozusagen hat man ja dann, wie gesagt, diesen Bonus eben, dass man mehr Punkte kriegt oder eher mal ein Level Up. Zum Beispiel hier auch in der Köderbeschaffung. Die andere Möglichkeit ist es dann, dass man in der Futterzubereitung, Angelfutterzubereitung, nur immer mit der höchstmöglichen Basis skillt. Wir sehen ja hier die Basen, Hanf, die Haferflocken waren jetzt hier. Dann kommt Erbse gemahlen als Basis. Das heißt, man skillt so lange mit der höchstmöglichen Basis, die man gerade verwenden kann, bis man wieder in den nächsten Level Bereich kommt, prozentual. Jetzt hier sind es dann wieder 60 Prozent, dann kommen die Hanfsamen oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter darüber hinaus und geht dann in die nächste Sonnenblumenkerne. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um schneller vorwärts zu kommen. Riesennachteil, man produziert die ganze Zeit Futter mischen, nur die Basis. Der Rest ist ja hier nicht notwendig und man produziert diese Basis und diese Basis kann man quasi wegschmeißen. Man hat also nichts davon, man ballert das Silber raus. Das ist quasi wirklich nur zu empfehlen, wenn man vom Level, sagen wir mal Level 30 plus ist. Man hat das vielleicht alles ein bisschen vernachlässigt oder hat es vielleicht hauptsächlich Spinning gemacht. Hat jetzt allerdings Lust, dass man dann eher auf Grund geht oder es fehlen einem die letzten Skill-Punkte, dass man später auch PVA verwenden und herstellen kann. Dann macht das natürlich wirklich Sinn, dass man da dann nochmal reinpowert, viel Silber investiert. Das wird alles weggeschmissen, weil das hat alles keinen Wert und dann hat man da seine 100 Prozent eben auch in der Angelfutterzubereitung bzw. in der Köderbeschaffung drin. Das ist wie gesagt fürs Angelfutter für den Anfang absolut nicht zu empfehlen, weil gerade die ersten Komponenten hier, diese ganzen Futtermischen, die man dann herstellt, die kann man eben auch alle gut verwenden. Und wenn man wie gesagt diese Futtermischen hat und man hat hier Karauschen und Rotaugenmische und Arland und wie sie nicht alle heißen, hier sind sie ja alle, die kann man ja alle Stück für Stück herstellen. Das heißt man kann automatisch viel besser auf diese Fische angeln, zum Beispiel an einer alten Festung dann auch auf Schleie oder man geht auf Karpfen oder man geht mal auf Graskarpfen. Und das Wichtigste ist natürlich die Brassenmische, das heißt Perlengraubenbasis, Made, Hirsebrei und Anisöl. Und das Anisöl wie gesagt ist halt der große Knackpunkt. Wir müssen bis zur Komponente 3 eigentlich nur kommen für den Anfang, dann sind wir schon beim Anisöl. Und das ist eben auch meine Empfehlung, skillt erstmal nur bis hierhin, macht dann weiter mit dem Silberverdienen, damit ihr euch ein gutes Setup kaufen könnt im Levelbereich 20, 21, 22. Je nachdem wie viel Silber ihr bis dahin verdient habt, macht euch also da auch keinen Stress, wenn das nicht mit Level 20 schon alles klappt. Also, skillen bis hierhin, bis Level 3, sparen auf gute Komponenten fürs Set und genauso eben auch bei der Küderbeschaffung schaufeln, 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 schaufeln. Das ist das A und O, ganz viel schaufeln, nicht zu viel Geld ausgeben und denken, ja verdammt nochmal, jetzt ist meine Energie leer. Ich muss auf jeden Fall mal wieder was trinken, ich muss mir einen Kaffee kochen, ich muss mir einen Tee machen, ich muss mir Essen kaufen und weiß der Geier was oder ich muss Alkohol trinken. Absolute Katastrophe, da gibt man viel zu viel Silber für aus, das fehlt euch dann im Level 20 Bereich absolut. Und den Riesenvorteil bringt das dann auch nicht. Ihr regeneriert sowieso immer wieder die Energie, zack, bedeutet jetzt für mich schon wieder, ich kann schaufeln. Und verdiene dadurch natürlich nicht nur ein paar Würmer, sondern natürlich auch wieder Skillpunkte. Mit welchen Ködern du deine Köderbeschaffung am besten nach vorne pusht, dazu gibt es bereits ein Video auf dem Kanal, das verlinke ich dir unten in die Kommentare, schreibe ich das am besten rein. Einfach mal nachschauen, denn bei der Köderbeschaffung muss man nicht alles immer nehmen und kaufen. Es gibt manchmal sehr teure Komponenten, das bedeutet sowas wie Quark oder Käsewürfel könnte man sich zum Beispiel sparen und geht dann vielleicht auf etwas günstigere Komponenten. Und es gilt damit weiter, dass man nicht so viel Silber dafür ausgibt. Genauso ist es auch ganz ratsam, wenn man da reingeht, dass man eben seine Lebensmittel an der alten Festung kauft. Denn die Lebensmittel an der alten Festung sind deutlich günstiger als an allen anderen Gewässern. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Ihr angelt solange es geht am Windenbach und am Moskitosee, generiert dadurch Silber, investiert das Silber in die Futterzubereitung und in die Köderbeschaffung. Wenn ihr dann soweit seid, dass ihr Futter und Köder auf die gerade genannten Prozente hochgepusht habt, dann geht es zur alten Festung. Dann geht es aufs Brassenangeln oder aufs Schleienangeln oder aufs Karpfenangeln und von mir aus auch aufs Amurangeln, wenn ihr euer Set dann schrotten wollt. Aber dann macht es erst richtig Sinn, an die alte Festung zu gehen, denn die Fische da, wie auch schon in anderen Tutorials gesagt, die sind einfach anfällig für Futter. Und ab einem gewissen Level muss man da einfach ein bisschen mehr Skill beweisen. Und mit dem Silber, was ihr dann an der alten Festung verdient, dann geht es erst ins Sparen, denn dann geht es los von Level 12, 13, 14 vielleicht, dass man dann effektiv spart bis Level 20 ungefähr, peilt ungefähr einen Wert von 4.500 Silber ein für ein Setup, was man sich dann im Level 20 Bereich zulegt. Und damit geht es dann grob schon mal in Richtung Mid-Game und End-Game, da haben wir ja noch viel Zeit. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Tutorial-Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Tutorial-Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri Petri